Jippa! Herzlich Willkommen, ich bin Gregor Rohner, 49 Jahre und Familienvater. Als ehemaliger Forstwart liebe ich es, Filme über die pure Natur von Landschaft, Wasser, Wald und Tieren selbst zu drehen oder kurze Reiseerlebnisse bildlich und dokumentarisch wiederzugeben. Für dich nur auf meinem YouTube-Kanal. Da ich es auch gerne lustig habe, gibt es ab und zu einen humoristischen Beitrag oder aus meinen früheren athletischen Zeiten Actionhaltiges. Magst du also Unterhaltung mit Herz? Dann abonniere kostenlos meinen Kanal und schalte die Glocke dazu ein, damit du gerade informiert wirst, wenn etwas Neues auf meinem Kanal erscheint. Du es dir anschauen, bewerten, kommentieren und mit deinen Freunden teilen kannst, zum Beispiel auf Facebook und so weiter. Denn ihr seid das Publikum, die wirkliche Motivation für einen Filmemacher. Denn nur durch euer Abonnieren und Klicks und das Teilen erfahren andere von mir und meinem Filmischen Schaffung. Für euch, euer Gregor Ohner.